Aloha auf Skyden, meine Lieben! Herzlich Willkommen zur neuen Aufnahmesession von meinem Skyden LP. Und es macht mir so viel Spaß. Erstens habe ich mich super drauf gefreut hier. Zweitens habe ich wieder einen ganz tollen Menschen hier an meiner Seite heute. Der René ist da. Hi! Hallo! So, wir nehmen zusammen heute hier Skyden auf. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie weit wir hier heute kommen. Ich möchte super gerne langsam aber sicher mal ins End. Ich will aber auch alles erforschen. Ich wollte mir diese kleinen, süßen Golems machen, die für mich die Felder abernten. Und ich weiß gar nicht, wo ich als erstes starten soll. Deswegen, René, du als Zuschauer, was würdest du denn sagen, was ich zuerst machen sollte von meinen ganzen Vorhaben? Keine Ahnung. Meine Golems? Meine Golems? Ja. Okay. Was habe ich denn hier gerade noch drin? Gar nichts. Okay. Ja, du wolltest ja... Uah, es leckt schon wieder. Kacke. Ich wollte es leckt schon wieder. Yay. Gott, es leckt schon wieder. Nee, dann gucke ich mal nach den Golems. Warte mal eben. Wo sind die denn? Ich hoffe neues. Weiter Holz abfahren. Geh du mal Holz abfahren. So, wir haben hier... Oh, guck mal. Jar in a... Brain in a jar. Stone Golem Worker. Warte mal eben. Advanced Clay Golem Worker. Stone Golem Worker. Ich würde dann den Advanced nehmen. Moving things somewhere else. Keeping an inventory supplied. Tallow Golem Worker. Hm. Straw Golem Worker. Ah, dieser Farming Golem. Den wollte ich machen. Dafür brauche ich Golem Animation Core. Den macht man aus vier Ziegeln und einem Nitor. Okay, dann brauche ich zuerst vier Ziegel. Die Ziegel bekomme ich... Äh... Wo ist denn der? Ich glaube, der hat Taddle schon wieder, ne? Ich glaube, Taddle... Ne, da ist er. Der Minimum Stein. Wie bekomme ich denn jetzt aus dem Minimum Stein Clay? Da muss ich mal eben gucken. Okay. Ein Flint. Hm. Tschüss, René. Du hast geläftet. Wo bist du? Okay, der René ist dann also jetzt weg. Dann sind wir wieder auf uns alleine gestellt. Aber okay. So, ich muss hier Clay machen. Ich weiß nicht... Ah, guck mal. So kriegt man das. Boah, ich weiß nicht, wie man Clay macht, ey. Ich würde mal eben kurz den Raccoon Plate zurate ziehen. Bis gleich. So. Ich habe jetzt gerade gefragt. Und ich muss euch leider sagen, ich habe gerade mir irgendwie ein Eisenerz gegeben. Weil ich wollte mal kurz was testen. Also. Der Luan meint, ich soll mal auf Clay. Clay gehen. Guck mal, da ist er. Ähm. Ja, das sind diese Clay Golem Worker, ne? Smart. Ach, wie süß. Clay Cover. Monster Spawner. Ach du meine Güte. Ne, irgendwie. Warte mal eben. Ich guck mal eben. Das habe ich... Ich habe ja alles auf Deutsch, ne? Ja. Dann muss ich Ziegel. Ich schaue mal, Ziegel. Da ist er. Nein! Wieso bin ich eigentlich in diesem blöden Mode drin? Moment mal eben. Ich muss den Mode ändern. Cheat Mode. Tch. Rezept Mode. Ne, den Utility Mode muss ich haben. So. Dann so. Pass auf. Aha. Aha. Ja. Okay, mit einer Holzkohle, aber ich möchte wissen, wie ich... Ah, mit Kies oder mit Sandstein? Aber ich habe weder Kies noch Sandstein. Wie kriege ich denn Kies? Ach, warte mal. Aber Sandstein bekomme ich doch. Sandstein kann ich doch machen. Habe ich noch Sand? Ach, ich bin total desorientiert. Ihr schon wieder. Ja. Sand habe ich ohne Ende. Das trifft sich sehr gut. So, dann würde ich jetzt mal Sandstein machen. Gib mal den hier raus. So. Sandstein. Okay. So. Dann tu mal den da rein. Oh, da ist es. Clay. Geil, geil, geil. Da würde ich dann direkt mehrere von machen. So. Den dann brennen. Unten. Muss mir unbedingt mal hier oben ein paar Öfen hinstellen, damit ich nicht immer runterrennen muss. Aber ich bin ja gerne in meiner schönen Küche hier. Okay, da ist keine Kohle drin. Da ist Kohle drin. Gut. Dann warten wir jetzt mal kurz. Dann habe ich den Ziegel. Müssen wir kurz gucken. So, dann haben wir jetzt den, den wollten wir machen zuerst, ne? Genau. So. Diese Golem Animation. Und einen Nitor. Den können wir jetzt mal schon mal eben machen. Währenddessen das da unten am rumdödeln ist. So. Und zwar brauchen wir hier Wasser drin. Da. So. Und für den Nitor. Hallo. Ach so, das geht nicht genau, weil das Towncraft ist. Ja, da muss ich dann in mein Büchlein schauen. So. Der ist ganz am Anfang. Habe ich schon wieder vergessen, wie der funktioniert. So. Viermal Ignis und Potentia. Dann brauche ich Kohle und Fackeln, nicht wahr? Habe ich noch Fackeln? Ja, Fackeln habe ich noch. Und Kohle habe ich auch noch. Also vier Kohle, vier Fackeln, oder wie war das? Ne, dreimal, drei Fackeln müssten das sein. Oder sechs? Boah, wie viele haben wir denn da drauf? Hey, bitte nicht poken hier, ja? Ähm, Moment. Kann ich epic werden, Alter? Ich habe dem gerade eben gesagt, dass ich in der Aufnahme bin. Also das ist echt, das ist echt kacke. Ich habe gedacht, jetzt wäre irgendwas Wichtiges oder so. Ich gehe mal eben da hoch. Ich muss das jetzt mal eben klären. So, ich bin wieder da. Ich habe jemanden zusammengeschissen. Da habe ich jetzt mal richtig Bock drauf gehabt. Ne, ich habe natürlich gesagt, jetzt kann er kein Epic werden. Weil wenn ich sage, Leute, ich bin in der Aufnahme, dann möchte ich mal eine Aufnahme machen. Dann gehe ich davon aus, wenn mich jemand anstupst, dass das ganz, ganz wichtig ist. Boah, jetzt habe ich aber echt gedacht, da wäre wieder irgendwas gewesen. So, jetzt muss ich mich darauf konzentrieren. Also, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal gucken, wie viel denn da drauf ist jetzt hier. Wo ist es denn? So, eine. Also brauchen wir sechs Fackeln und drei Kohle. Oder zwei Kohle. Und zwei Kohle. Okay. Zwei Kohle. Und sechs Fackeln. Und sechs. Und wir holen uns einen Nitor. Ich nehme die mal. Da ist mehr drauf. Wuhu! Hab dann einen Nitor. Cool. So, pass auf. Dann machen wir den ersten Hammer gleich schon mal. Boah, ich liebe dieses Rumgebasteln. Jetzt mit meinem neuen Rechner, das macht mir auch extrem Spaß, an dem Rechner rumzubasteln. Da fehlt jetzt noch ein Teil. Und zwar war leider vom Long, ähm, der, warte mal, der steht hier. Wie heißt das Ding denn nochmal? Weiß ich nicht. Irgendein Teil war da kaputt. Ist beim, beim Dings kaputt gegangen. Voll doof, aber gut. Beim Transport. Ne, so. So. Wo war Arara? Da unten. So. Ach, ich hab gar keinen Airshard. Wie mach ich denn den doofen Airshard? Golem Animation Core. Boah Mist, ich kann den gar nicht machen. Ich brauch den blöden Airshard. Okay, ich werd das aber erstmal schon mal machen hier. Dann hab ich das wenigstens. Da. Zack. Und hier. Vier Ziegel, ne? Hey, wieso geht denn das nisch? Ach so, weil ich da was reinhauen muss. Nochmal raus. Das muss ich hier dran machen. So, dafür blege ich den Zauberstab mal hier rein. Das hier rein. Mein Gott, das kann aber auch verwirren, oder? So, hey, mach mal weg hier. Ähm, acht Imperitu und acht Motus. Aber wieso sehe ich denn nicht, was dann dabei rauskommt? Ist doch so, guck mal. Ja, acht Imperitu und acht Motus. Wo waren das nochmal drauf? Motus ist hier drauf. Aber wir hatten das auch auf Zauntoren. Die haben wir aber gerade nicht. Silverwood Log. Ja, ich hab sowieso wenig Holz jetzt gerade irgendwie, ne? Ich hab hier noch Holz. Hm. Da auch nicht dran, oder? Ne, da sind nur giftige Kartoffeln. Okay, dann muss ich irgendwie, schade, dass der René jetzt den Abgang gemacht hat. Da muss ich jetzt irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen. So, eins. Sechs Stück haben wir gesagt. Müssen wir drauf. Ne, acht. Also, oh ja, acht. Aber ist nicht schlimm. Ich kann ja auch dann noch die Dings nehmen, falls das nicht reicht. Das wird nicht reichen. So schade. Da muss ich Holz holen. Geht kein Weg dran vorbei. Und jetzt dann auch so du's da. Hallo. Komm, um zu bleiben. Hallo, meine schönen Schafis und so. Sind ja mehr Viecher hier als auf dem Server, wo ich jetzt gerade im Zocken bin. Da mit meiner epischen Gemeinschaft. Da bin ich die ganze Zeit. Ey, wir haben, da joinen jeden Tag andere Leute drauf, weil ich im Fanschat, habe ich den Server preis, also, habe ich die alle eingeladen, da hinzukommen und mit uns zusammen zu zocken und sich da eine schöne, ach, meine Maus. Schöne Gemeinschaft aufzubauen. Aber irgendwie haben wir dauernd Griefer da, das macht echt keinen Spaß. Da farmst du dir die ganzen Sachen zusammen. Gestern wurde mein ganzes, mein Gott, Maus. Gestern wurde mein ganzes Haus abgefackelt. Da war ich echt traurig. Weil man steckt da ja auch Liebe rein und so, ne? Und willst ja schön bauen. Ach du Scheiße, ich glaube, das ist so ein mega mordsmäßiger Riesenbaum. Da habe ich mir jetzt wieder was... Ah, guck mal, da ist er. Und ich glaube, ich muss ihn ziehen. Ja, sorry, dass ihr dann jetzt immer hier das hier seht. Oh, Chris ist auch da. Und der Long ist da, wie schön. Wo ist er denn? Ist er nicht mehr da? Ne. Hm. René? Huhu. Da ist er. Hallo. Der schreibt mir bestimmt was jetzt. Gib mal dein ganzes Holz her. Ich farme gerade. Diese Riesenbäume, ey. Die sind so unnötig. Ey. Ah, meine Maus ist auch unnötig. Muss man sich immer so weit hochbauen. Ah, echt jetzt? Boah. Wusste gar nicht, dass das geht. Nice Scheiße. So, so, da spielt der also Minecraft über Handy. Das wusste ich auch nicht, ey. Okay, hier ist gerade ein bisschen Theater im Hintergrund. Wo war eine Faley-Aufnahme wieder heute hier? Aber Leute, ihr wisst ja, ey. Das ist bei mir immer so richtig YOLO. Und ja, ich nehme das nicht so ganz ernst alles. Also ich möchte Spaß haben. Und wenn mein Mann jetzt meint, der müsste meinem Sohn da drüben die Leviten lesen, dann kann ich das nicht verhindern. Außer wenn ich jetzt gleich die Aufnahme dann beende, kann ich dem so richtig den Arsch aufreißen. Macht eure Mutter bestimmt manchmal bei eurem Vater auch, oder? Den werde ich später... Ah, meine Maus! Ich muss mir eine neue Maus holen, ey. DJ René stupst sie an. Lay. Alter, wat ne failige Aufnahme hier heute, ey. Extreme. Ich hole den mal eben runter. Ich hole den mal eben runter. Wo ist er denn? Da ist er ja. Komm runter. René! René! Mein Gott, ich wusste gar nicht, dass das alles funktioniert. Kostet das nicht mega viel Geld? Nein. Du leckst voll. Ich verstehe kein Wort, du. Also nicht viel. Deswegen. Du leckst trotzdem voll rum. Ist ja auch cool, ey. Ja, der René mit dem Handy jetzt on. Bei mir ist sowieso heute alles Faley irgendwie. Wie der Michelle, der hat gerade da hinten im Hintergrund dem Luan irgendwas erzählt. Und ich werde es mir in der Aufnahme mal angucken, was er dem erzählt hat. Weiß nicht, alles Faley hier heute. Aber egal. In der nächsten Aufnahme wird alles besser. Und das ist unser Stichwort, meine Lieben. Nächste Aufnahme. Diese Aufnahme ist vorbei. Heute habe ich nicht viel geschafft, obwohl... Ja, ich weiß jetzt, dass ich den schönen Golem nicht machen kann, weil mir dieser Chart fehlt. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal informieren, wie man diese Charts macht. Und vielleicht kann ich dann in der nächsten Folge euch schon zeigen, wie man diese blöden R-Charts herstellt. Weil alle anderen Charts habe ich nämlich schon hergestellt. Aber diesen blöden R-Chart nicht. Deswegen wird wahrscheinlich, weil der so schwierig ist zu machen, deswegen wird wahrscheinlich auch alles mit R-Charts gemacht oder so. Ich weiß es nicht. Wenn ihr irgendwie eine Lösung findet oder so, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Wenn ihr irgendwie schon mehr wisst, was ich da reinmachen soll in den Kessel, damit ich einen R-Chart rausbekomme, dann wäre es mega geil, wenn ihr mir das sagen könntet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.